So, schon geht's weiter. Gute Nacht, ja, Luper, ja, schlaf gut. Ich glaub, wir kommen hier weiter. Danke, dass du da warst. Ah je. Ah je, ah je, ah je. Jetzt geht's los mit Gewichten. Um Gottes Willen. Jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Das ist ja lustig. Das wird sehr lustig. Was passiert denn? Okay, warte mal. Der geht nach da. Lassen wir den mal so da stehen. Das sieht gut aus. Was passiert denn, wenn ich den wegnehme? Das ist das Zweite, ne? Das braucht ein bisschen... Ne, das müsste ja passen. Was ist mit dem hier? Der braucht weniger Gewicht. Das war ja einfach. Ein wenig Horror kommt sofort. Das war ja noch einfach. Das sah schwieriger aus, als es war. Aber cooles Level-Design. Nice Level-Design. Very nice. cool. Ja, und willkommen zur Let's Play Live-Channel der neuen Zuschauer. Ähm. Okay, der Schalter scheint nicht zu funktionieren. Die Frage ist, warum? Oh, okay, der Schalter funktioniert anscheinend nicht. Die Frage ist, wofür brauchen wir den Stein? Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß wofür. Ich glaube, wir müssen den da in das Zahnrad werfen, damit das komplette Zahnrad, also das komplette System hakt. Und probieren wir mal aus. Wow. Wow, 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 wow. Cool. Okay. Und schon geht's weiter. Okay. Na, ist das vielleicht eine Falle? Jetzt aber! Scheiße. Mist, so schnell kommen wir da gar nicht rein. Verdammt. Ah, länger halten, okay. So. Wo kommen wir denn jetzt hin? Bin ich mal sehr gespannt. Da war gerade eine Kamera, die hat uns beobachtet. Habt ihr das gesehen? Ähm, äh... Big Brother is watching you. Oh, wo kommen wir denn jetzt hin? Ach, du heiliger Strohsack. Ach, du heiliger Strohsack. Was passiert denn, wenn ich hier dran... Okay. Ach, das ist ein Spiegel. Okay, verstehe. Nein, verstehe ich nicht. Ach, der Laser muss hier hin. Okay. Kleinen Moment, ich probiere mal was aus. Nein, das war falsch. Verdammt. Push the button. So, was ist, wenn ich das so mache? Alter, diese Musik, die ist aber auch sowas von laut, ne? Verdammt. Was, das ist sicher so ein Rätsel, wo Flexi, was? Drei Stunden braucht. Ich glaube nicht. Äh, ich muss mal... Ich muss mal ganz... Entschuldige mal bitte, aber ich muss mal ganz schnell die Musik mal ein bisschen runterdrehen. Das ist mir doch ein bisschen zu laut dann. Äh, wir müssen auf jeden Fall den Laser hier hinbekommen. Okay. Ah, warte mal. Ich glaube, das war gerade schon richtig. Verdammt. Durch einen reinen Zufall. Hey, Mr. Souverän ist wieder unterwegs. Ach, guck mal einer an. Ach, hier brauchen wir den Laser auch, oder was? Ach, nee, oder? Wie sollen wir denn den... Na, da müssen wir gleich... Wie sollen wir denn den Laser hier hinbekommen, bitte? Okay. Wie soll der Laser denn hier hin? Okay, unter Wasser kommen wir nicht. Äh? Vielleicht... Boah, wie diese Art Hasse und Verflugel. Wie sollen wir denn den Laser dort hinbekommen? Drei Stunden, äh... Ich meine, natürlich drei Minuten, natürlich drei Minuten. Wir müssen auf jeden Fall hier auch füllen. Die Anzeige, damit wir hier wahrscheinlich hier drankommen. Ich fliege nochmal nach oben. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja hier irgendwo... Wo kommen wir denn hier hin? Ach, da kommen wir wieder zum Herz. Okay, also muss das Rätsel ja hier zu lösen sein dann. Ist auf jeden Fall eine Tür, die wir noch nicht aufhaben. Vielleicht müssen wir doch erst diese Tür irgendwie öffnen. Ich schau mal. Kommen wir denn jetzt irgendwo anders rein? Hier vielleicht? Waren wir hier schon gewesen? Hui! Okay. Wo ist das? Bob der Besen? Entschuldigung. Wer ist er denn? Der fähre ich da oben einfach mal. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, Schalter funktioniert nicht. Hier müssen wir irgendwas verbinden. Mit dem Strom. Ja, das ist der Hausmeister. Ja. Das ist der Hausmeister. Der reinigt hier alles. Hausmeister Alfred. Der Hausmeister Alfred, der alles reinigt. Was passiert denn, wenn ich die Steine da reinwerfe? Wahrscheinlich gar nichts, ne, oder? Nein, war ja klar. Hallo Patrick, grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hausmeister Alfred. Hausmeister Alfred. Ekel Alfred. Ah, ja. Nimm mit! Ich glaube, also wir wissen ja, Strom leitet ja durch Metall, ne? Logisch. Eigentlich. Jetzt frage ich mich gerade, wie wir dazu bringen, dass wir... Hier... Hm. Musst du auch mal schauen. Komm mit! Hui! Aber wie? Aber wie, 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 wie kriegen wir das? Na? Na! Was ist... Nein, nein! Oh! Toll! Super! Das... Ist das jetzt für immer weg, oder wie ist das, oder? Okay, das bringt's auch nicht. Na, lass mal fallen. Ich hoffe, die Teile sind jetzt nicht für immer weg. Das wäre ein bisschen... Blüht. Ich hoffe, die spawnen oben nochmal. Nein, die spawnen nicht. Ja, ist ja sehr beruhigend und berauschend. Was ist das denn hier? Verdammt. Scheiße. Und jetzt? Mist. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir keinen Stahlträger mehr. So ein Mist aber auch. Das muss bestimmt hier hin, oder? Ach nee, wir müssen das... Ich glaube, wir müssen das Becken füllen. Ja, natürlich. Ja, Wasser leitet. Ja. Natürlich. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Äh, au. 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 Entschuldigung. Was passiert dann? Wenn ich das da rein tue? Gar nicht. Oh, gar nichts. Okay, also. Dann haben wir wieder einen Laser. Und hier haben wir die Tür. Ah. Ja. Ja, das ist so... Was? Moment, eine Gabel und eine Steckdose. Warte mal, leiten denn die Blöcke? Die Blöcke? Die Blöcke leiten anscheinend nicht, oder? Okay. Tja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie wir das hier hin zaubern. Ähm. Hm. Kennst du die Escapists? Ja. Warte mal. Spiele ich ja selber zwischendurch, die Escapists? Könnte ich eigentlich im Stream mal wieder spielen? Hätte ich mal wieder Lust drauf. Ich glaube, wir müssen mehr nach hier erst mal. So, der war für die Richtung, ne? Genau. So. Der war für... Nach oben. Okay. Und der müsste eigentlich nur zu halten sein dann, oder? Ja! Halte doch mal das Ding in! Alter, halte doch mal das Ding in gerade! Ja, Mann! Ah, ja. Und jetzt können wir ja eigentlich auch theoretischerweise das Ding mit nach... Oh, was nach oben leitet. Das müsste ja das sein, oder? Ach, das leitet den anderen Strahl da nach unten? Okay. Verdammt! Na, das wird ja lustig. Wo müssen wir denn nochmal hin? Ach, da müssen wir hin. Oh Gott, um Gottes Willen. Oder doch erst nach unten? Ja. Vielleicht so? Ja, natürlich. Techniker-Flexi, ja! Hallo. Noch ein Rätsel aus der Hölle. Wir haben's. Sehr schön. Na, müsste wohl. So, nächste Rätsel. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Waren wir hier schon gewesen? Hier ist auf jeden Fall noch ein Tor. Das war das Rätsel. Das hatten wir, glaube ich, schon. Gab's hier oben noch irgendwas? Nee, ist zu. Da werden wir wahrscheinlich nach irgendwann später hin kommen. Oh, was so ein Riesenherz. Das ist ja unglaublich. Hier war... Waren wir hier schon? Anscheinend noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ähm. Das Horrorherz. Ja. Wo kommen wir denn jetzt hin? Hier wollte ich... Hier wollte ich eigentlich gar nicht sein. Oh, Wasserrätsel, oder was? Nimm... Nehmen wir... Was? Was? Blüpp. Das ist ne Bombe. Bomberman! Okay. Bomberman. Bomberman lässt grüßen. Au. Au. Entschuldigung. Robi. Ob wir den Hausmeister jemals wieder sehen? Ich bin gespannt. Wofür brauchen wir die Bombe, frage ich mich gerade. Huch. Äh... Wasser und Feuer. Okay, interessant. Feuer und Wasser. Eine glühende Kombination. Kann sein, dass wir die Bombe vielleicht hier reinschmeißen müssen. Ich probier's mal, was dann passiert. Schauen wir mal. Der Horrorhausmeister. Der Horrorhausmeister. Der Horrorhausmeister. Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Das war also nicht das Rätselslösung. Was ist, wenn ich die Steine da reinschmeiße? Okay, die gehen nicht. Was ist mit ihm hier? Das funktioniert auch nicht. Okay. Nehmen wir mal mit. Das muss man mal ein bisschen beeilen. Das ist auch falsch gewesen, anscheinend. Das können wir mitnehmen. Warum? Müssen wir mal gucken, ob wir die Schale vielleicht für die Bombe brauchen. Vielleicht explodiert die dann. Oder? Moment. Vielleicht müssen wir ja so ein Dings fangen. So ein, so ein, so ein, so ein, äh, so ein Gestein. Das kann... Huch. Bleib hier. Bleib hier. Ich nehm dich mit. Kann das sein, dass wir so ein Gestein sammeln müssen? Schnell, 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 schnell. Okay, das ist also nicht Rätsel... Hier rein vielleicht? Ah, ja. Jetzt brauchen wir aber noch Wasser. Macht auch Sinn, vor allen Dingen so. Äh... Äh... Und jetzt? Ist irgendwie... Ist irgendwie nichts passiert, ne, oder? Also... Oder vielleicht das Wasser hier rein? Aber kann ja auch nicht sein, oder? Also Feuer und Wasser... Oder... Ja, Feuer und Wasser muss auch immer hier rein. So. Na? Hallo? Was ist denn, wenn wir das Wasser mitnehmen? Nach oben? Zu dem großen Hochofen? Was passiert denn hier? Gar nichts, okay. Hm. Ah, okay. Was? Wieso ist die Tür wieder zugegangen? Was? Wieso ist denn die Tür wieder zu? Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Wieso ist denn die Tür wieder zu? The door is closed. Warum ist denn die Tür wieder zu? Hä? Okay, ich probiere das nochmal mit dem Wasser. Dass es nochmal was bringt, weiß ich nicht. So. Flexi hat das Game gebraked. Ja, ich glaube auch. Wieso komme ich denn da nicht weiter? Geht's hier vielleicht noch irgendwo lang? Alter Schwede. Okay. Da passiert also gar nichts. Was kann ich denn hier mitmachen? Was war ich nicht? Nein, war ich nicht. Nein. War ich... War ich nicht? War ich nicht? Ich weiß gar nicht, ob... Okay. Ah, verstehe. Okay. Damit wir auch da durchkommen, müssen wir den Schalter betätigen. Ja, toll. Das heißt, man muss im richtigen Moment anscheinend anhalten, die Dinger. Aber okay. Oder auch nicht. Ist eh schon kaputt. Ja, super. Und jetzt? Komm mal... Ah, warte mal. Vielleicht können wir ja den Träger dazwischen blocken, damit wir oben lang kommen. Kann das sein? Können wir den mitnehmen? Hallo? Einfach so hinsetzen. Flexe mal einfach hier was kaputt und hoff, dass er durch weiterkommt. Ja. Hoffe ich auch. Ja, genau so. Hier muss man vieles kaputt machen. Ist das Kaputtmach-Spiel. So. Hui. Au, au. So, wo kommen wir denn... Alter, wo sind wir? Wo sind wir denn hier? Ob so erstmal Knöpfe drücken? Irgendwas wird schon passieren. Scheiße, wir kommen ja nicht weiter. Verdammt. So, müssen wir erstmal nochmal zurück. In die andere Röhre, glaube ich. Huuuu. Na... Verdammt. So. Da kommen wir gar nicht weiter. Hä? Was? Können wir die obere eigentlich anhalten? Nee, geht nicht. Schade. Vielleicht ist ja doch hier oben irgendwie Rätselslösung. Wie? Was passiert, wenn ich das Knöpfchen drücke? Lang genug drücken vielleicht? Okay, anscheinend passiert nichts. Kommen wir auch nicht weiter. Verdammt. Müssen wir doch uns erstmal umsehen woanders hin. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht jetzt auf YouTube, sondern wir machen das in einer weiteren Folge. Also bis dann.